Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alien 3 und die aktuelle Mission wird wohl sein Operation Rescue. Schauen wir mal, was uns da gesagt wird. Naja, in Zellenblock 6 sind Gefangene gefangen. 4 Und in Assembly Hall 7 sind auch nochmal einige. Da 3, also insgesamt 7. Und wenn wir sie da nicht rausholen, werden sie geschwängert. Ist in Ordnung. Ähm, so, Blaupausen. Zellenblock 6, gut. Ähm. Und Assembly Hall 7. Irgendwie vermisse ich hier gerade ein bisschen eine Midic Bay. Ach, da haben wir ja einer. Gut. Zack. Und dann halt. Moment, das war hier oben, oder? Ja. Zellenblock 6 da rein und dann hier runter. Gut. Oder erst da runter. Oder auch nicht. Ich muss durch Zellenblock 6, wenn ich irgendwo anders hin will. Na ja, in Ordnung. Hier waren sie vier, wenn ich mich richtig erinnere. Kann hier nicht irgendwo so eine Rote-Kreuz-Vereinigung sein, die einfach mal Medi-Packs verteilt. Da oben ist der erste. Flammen-Tank. Flammen-Tank. Dann war echt nicht von schlechten Eltern. Also sollte ich vielleicht das nächste Mal, wenn es so eine Mission kommt, eine andere Taktik probieren, als einfach hingehen und schießen. Schöner, lecker Schleim. Blödes Mistvieh. Da ruft auch schon der nächste um. Ich hab den doch voll getroffen, blödes Vieh. Ey Leute, ich bräuchte jetzt wirklich. Ganz mit ohne Scheiß. Das geht auf keinen Fall gut aus. Das geht auf keinen Fall gut aus. Oh, scheiße. Oh, dicke Scheiße. Ich verabschied mich schon mal, ne? Also, ich glaub nicht, dass ich hier noch irgendwo auf die schnelle Medi-Pack aufgetrieben kriege. Ich hoff's natürlich, aber... Das sieht schlecht aus. Das sieht richtig schlecht aus gerade oben. Okay, und auf zum awesome Game-Over-Screen. Game-Over-Man! Fail! Okay, dann... Bis bald, hoffentlich.